Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Noch ein neues Video. Heute geht es um Challenge. Leute, wenn ihr das nicht kommentiert bei mir, dann weiss ich auch nicht mehr. Ich hole Leute, ihr kennt das. Es ist Süssigkeiten, es ist Zenterschocks. Leute, ich hole einfach Zenterschocks. Kannst du sagen, wenn du sie jetzt kaputt machst? Was? Was sagst du mit Mandy? Und zwar... Zenterschocks! Geil, Alter! Und lieber, dann einfach mal reinpfeffern! Also, jetzt gibt es deinen Kona. Nicht! Nichts! Nein, ich mache nur Challenge! Mit Tafeln! Mit Tafeln! Ja, warte! Wir werden einfach anfangen. Von jeden drei Sorte. Und das machen wir weg. Einmal haben wir die Zenterschocks in Cola. Das ist von Marke ChupaChup. Zenterschocks. Oh, wie geil, Alter. Was ist das? Schlepp, Spray, Spray. Ich weiß auch nicht wie das. 2021 ist nicht die... Hier. Zenterschocks. Was? Sojasota drin? Achso. Zenterschocks in Coca-Cola, ChupaChup Marke. Und dann haben wir noch der Hidden Apple Zenterschocks in Green. Und dann haben wir ChupaChup Zenterschock in Ruling Cherry. Leute, und die wird ihr mir jetzt einfach mal gönnen. So. Oh mein Gott, Alter. Sind die krass, Alter. Boah, sind die geil. Boah, sind die gut. Boah. Jetzt Kbo muito. Grün. Jawohl, grün. Übikrenz von Chupa Chup. Leute, letzter in, boah, die Cola wird so was zum heftig. Oh, das ist gut. Wow. Sieht man das? Die Zendesäuser sind so geil Ah ja! Ah ja! das video ist auch zu ende bald leute wenn dir noch mal diesen video dann schreibt auf instagram auf instagram auf instagram heisse ich pavone giuseppe auf instagram leute ihr könntet mir gerne folgen auf instagram heisse ich pavone botenstrich botenstrich also beide bodenstrich pavone beide bodenstrich und giuseppe mit zwei p und e einer mit diesem snapchat profil ihr könnt ihr gerne schreiben pavone bodenstrich und ja das war's mit diesem video hoffe dass es euch gefallen gibt mir jetzt wieder daumen hoch liken vergessen abo da lassen und die glock da aktivieren leute und wenn dir das video gefallen gibt einfach oder unten bei den daumen hoch und ja das war's mit diesem video leute mit diesen zenten zenten schox diesen video schreibt mal in die kommentare leute das ist natürlich deaktiviert aber wahrscheinlich mal in die komieter in die komie wenn ich noch mehr noch wenn ich noch mal diesen challenger mache und ja das war's mit diesem video leute wenn ihr noch mal diesen video gemacht challenge dann schreibt mal auf instagram oder schreibt youtube in die kommentare leute das war's mit diesem video und das war's mit diesem video leute gebt den daumen hoch leute und ja bis später bei brose dort bei brose doch mit fifa tante karemer durch